Guten Tag, werte Gäste der Mesa Manga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Monologie. Ja, ich habe mal wieder ein Thema gefunden für die Monologie und möchte da einfach mal mein Erlebnis bzw. meine Meinung zu einem bestimmten Thema äußern. Und wer es vielleicht schon weiß, ich habe schon das ein oder andere Mal über Anime-Cons meine Äußerung getätigt, aus dem Grund auch, weil ich das eher selten vorhatte zu tun und dementsprechend war das so meine ersten Male in Berührung mit einer Anime-Con und so weiter und so fort. Deshalb habe ich da mal ein Video drüber gemacht in Form einer Monologie. Heute geht es eh nicht, denn es ist ein Event, das ich auch nicht wirklich vorhatte, irgendwie daran teilzunehmen, es jetzt aber dennoch mal gemacht habe. Und zwar, es geht um die Kaze Anime Nights. Das ist eine, ja, eine Kinovorstellung von Filmen, die Kaze lizenziert hat und dementsprechend ein paar Monate später oder bereits draußen sind, eben halt dort präsentieren in diversen Kinos. Es ist eine Vorstellung, die meist ein Tag hat, je nachdem, wenn es gut ankommt und sich gut verkauft, werden da noch ein paar mehr Tage hinzugefügt. Und ich war am 28. Januar 2020, also dieses Jahr, bei der One Piece Stampede Kaze Anime Night und habe mir da mal ein Bild von gemacht. Und jetzt, bevor irgendwie der Aufschrei groß ist, möchte ich gleich vorne hin etwas sagen. Und zwar zum einen, dies ist ein Erlebnis, das ich so erlebt habe und dementsprechend auch so weitergebe. Dass es durchaus andere Fälle, auch andere, ich sag mal, positive Aspekte bei manchen Besuchen dieser Anime Nights gab bei euch, möchte ich gar nicht ausschließen. Es geht mehr darum, dass ich einfach mal mein Erlebnis und meine Kritik äußere. Das Weitere hat das überhaupt nichts mit den Veranstaltern zu tun. Ich denke, die haben da einen wirklich guten Job gemacht, Kaze, und ich sehe da auch keine Probleme anhand der Veranstalter, die ja diese Sache überhaupt ins Leben gerufen haben und ich eine schöne Idee finde. Ich als jemand, der nicht so oft ins Kino geht, mein letzter Kinogang war letztes Jahr genau einmal. Das heißt, ich war letztes Jahr 2019 einmal, ganze einmal im Kino. Dementsprechend bin ich so der Kinofreund unbedingt, wollte mir aber mal eben den neuen One Piece Film schon lange, lange anschauen und hatte jetzt die Möglichkeit, mit dem deutschen Dub das zu tun. Dazu wird es auch, sobald im Mai irgendwann mal die Blu-ray released wird von Kaze und ich mir den Anime nochmal angeschaut habe, werde ich dazu mich nochmal äußern. Ich werde mich nicht sofort dazu äußern, eben aufgrund dieser Veranstaltung, was dort an diesem Abend so passiert ist. Also, im Grunde war es recht einfach, man ist einfach ins Kino gegangen, hat die Karten vorher bestellt und hat dann dem sich, ja, dort irgendwo hingepflanzt. Davor gab es noch so einen kleinen Stand, so aus dem Laden meines ehemaligen Vertrauens, sage ich mal, weil ich nicht mehr so oft dort bin, aber dieser Laden hat da so einen kleinen Stand aufgebaut davor, um eben halt noch ein bisschen One Piece Merch an den Mann zu bringen. Juhu, ganz nett. Habe ich jetzt nicht genutzt, aber der hat sich da vielleicht auch noch das eine oder andere verdient. War in Ordnung, kann man machen. Ich war nur etwas irritiert, das in einem Kino zu sehen, aber hey. Okay, so, dann sind wir dort reingegangen, haben unsere Plätze gesucht und saßen da und haben uns dann erstmal die Werbung angeguckt. Da muss ich kurz was dazu sagen, das liegt auch nicht an dem Event selber, aber ich finde persönlich die KC-Trailer unfassbar nichts aussagend. Eine Aneinanderreihung an irgendwelchen Szenen, wo man dann teilweise, wenn man den Anime überhaupt nicht kennt, im Nachhinein sich immer noch fragt, worum geht es jetzt hier eigentlich? Was habe ich hier gerade gesehen und was sollte mich in irgendeiner Form dazu beregen, diesen Anime mir anzuschauen oder zu kaufen? Das fand ich ein bisschen seltsam, aber ich kannte das schon ein Stück weit. Ein Kumpel von mir hat mich gefragt nach dem Trailer zu Cabaneri. Sieht ja alles ganz nett aus, aber ich habe keine Ahnung, worum es da drin geht und genau das ist so ein bisschen der Punkt. Also es wird halt wirklich nichts erklärt und man kriegt irgendwelche Szenen mit irgendwelchen unabhängig voneinander geschnittenen Aussagen der Charaktere. Okay, nehmen wir einfach mal so hin. Spannend, macht aber nicht viel Sinn. Ja, war ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen langweilig, aber es ist ja immerhin die Werbung und sagen wir es mal so, immerhin hat mich die Werbung wirklich mal in dem Falle interessiert als beim normalen Kinogang. Das muss man dem halt so gut heißen, aber trotzdem finde ich diese KC-Trailer einfach ziemlich langweilig, öde und nichts aussagend. Ich weiß nicht, warum das nicht ein bisschen spannender geschnitten werden kann. Es ist nicht so, dass es nicht möglich wäre. Und wenn ich mir so die japanischen Varianten dazu angucke, da hat man eine epische Off-Stimme, die dann das Ganze nochmal enorm leidenschaftlich irgendwie erklärt, was da passiert, beziehungsweise was die Story ist. Oder einfach dieses ein einsames Mädchen und ein junger Mann treffen sich, babababa, irgendwie sowas. Nur halt in dieser typischen japanischen epischen Stimme. Ja, so könnte man es machen, aber stattdessen sind es einfach nur Trailer, die aneinander geschnitten sind. Ein bisschen lame, aber hey, darum geht es ja auch nicht. Der Film begann und am Anfang gab es so einen Raunen im Publikum und dann habe ich gedacht, ja gut, der Film hat jetzt gerade mal angefangen, das legt sich bestimmt noch. Nach fünf Minuten im Film kamen noch zusätzlich andere, ja, noch Leute hinzu, die wohl einfach es nicht geschafft haben, pünktlich zu kommen. Liebe ich ja immer persönlich, ich weiß, es gibt immer Möglichkeiten, irgendwie zu spät zu kommen, aber ganz ehrlich, das sind so die Leute, die wirklich auf dem letzten Drücker dann erst losgehen, so nach dem Motto, und dann zu spät kommen. Und dann eben halt in ein, sagen wir mal, laufen dann so zehn Leute in einer Reihe vor dir am Film vorbei. Wunderschön. Ich habe über Twitter gesehen, dass ich eine das besonders ätzend fand, weil sie nicht in der Dub-Version, so wie ich war, sondern mit Untertitel, die mir wesentlich lieber gewesen wäre. Und da sind halt Leute ständig aufgestanden und rausgegangen oder reingekommen und das ist halt geil bei Untertitel lesen, ne? Stelle ich mir ätzend vor. Aber nun gut, wie gesagt, konnte man, war vertretbar soweit, ist passiert im normalen Kinogang auch. Jetzt hat einer aber die glorreiche Idee gehabt, und dafür kriegt er von mir den Vollidiot Award des Jahres, ins Kino zu gehen mit einer Kette, die er sich aus Neonstäben zusammengesteckt hat, die er sich um den Hals gelegt hat. Und hatte gedacht, das ist eine gute Idee im Kino, da wo es dunkel ist, damit ihn jeder Arsch sieht, der nach vorne auf den Kinobildschirm guckt. Das heißt, für mich war das folgendermaßen. In zwei Reihen vor mir war ein Typ mit einer Neonkette, quasi, und während ich auf den Film geachtet habe, oder ich versucht habe, auf den Film zu achten, ist mein Auge, mein linkes Auge, die ganze Zeit zu dem rübergewandert, weil, wenn er sich bewegt hat, hat der in den buntesten Farben geleuchtet. Fand ich großartig. Das ist eine richtig, richtig tolle Idee. Ja, was soll ich dazu sagen? Vollidiot. Apropos Vollidiot, da geht es gerade weiter. Wir haben, ja, also, beziehungsweise ich hatte neben mir zwei Leute sitzen. Die meinten, sie müssten die ganze Zeit reden. Aber das war jetzt nicht nur einfach so, oh, cool, und, hey, guck mal, das ist nice, und so weiter. Sondern das war ein, der eine Typ kannte One Piece nicht Talk. Der kannte One Piece nicht. Da kam Captain Smoker, und er hat gefragt, wer ist denn das? Boah, krass, warum kann der das? Und, oh, wer ist denn das? Und dann kam wieder ein neuer Charakter, und warum kann der das? Und was ist denn das? Wer ist denn das? Und der andere hat ihm das in einer Ausführlichkeit erklärt. Ja, das ist der Marineadmiral, der kann sich in Licht verwandeln, und er ist voll krass, und er kann nur von dem und dem besiegt werden, oder aufgehalten werden, und bla, 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 ach Jan, das ist der Bruder von Ruffy, und bla, 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 und das, die gehen die ganze Zeit so. Wirklich die ganze Zeit. Und ich habe dann irgendwann mal eben meinen Ton erhoben, in einer Sachlichkeit, habe mich auf die Seite getreten und habe gesagt, hey Leute, bitte tut mir einen Gefallen, ich würde wirklich, wirklich gerne diesen Film anschauen. Bitte seid leiser. Und kaum habe ich diesen Satz ausgesprochen, in einer wirklich normalen, höflichen Form, meinte der eine Jugendliche, mich anzumaulen, und hat sich auf einmal wie vom Blitz getroffen, zu mir rumgedreht und mit folgendem O-Ton zu mir gesagt, ey, beruhig dich mal, dreh dich um, guck auf den Bildschirm und guck den Film an. Ja, und das auch in einer Lautstärke, wo ich mir dann gedacht habe, okay, toll, habe ich erstens mal zwei Vollidioten neben mir sitzen, die permanent reden, die dann auch noch einfach mal unfassbar respektlos sind, und zudem wahrscheinlich auch noch vorher ordentlich getankt haben, also sprich Alkoholintus gehabt haben. Mensch, das ist aber super, habe ich mir gedacht, das wird ein richtig tolles Kinoerlebnis. Also, was war? Die haben weitergeredet. Apropos weiterreden. Hinter uns, zwei Reihen hinter uns, haben Leute seit der Werbung, die davor stattgefunden hat, bis zum Ende hin, kein Scherz, bis zu den Credits, permanent durchgelabert. So. Das war auch ziemlich nervig. Und wäre es noch nicht genug gewesen, im Kino war permanent ein Raunen. Und man hat richtig bemerkt, wie die Leute permanent labern. Und kaum einer irgendwie, also, ich bin nicht der Einzige gewesen, der was gesagt hat, und wurde dann dumm angemacht. Der Rest hat schön die Schnauze gehalten, und hat halt einfach, hat es halt einfach hingenommen. Ich hatte dadurch wenig, bis gar keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mich dann auch wirklich lange, lange Zeit beim Anschauen des Films super, super angepisst. Richtig, richtig genervt, sodass ich wirklich gar keinen richtigen Spaß mehr hatte. Das war sehr, sehr schade. Jetzt kommt allerdings quasi so der Aspekt, den ich einfach mal, der mir aufgefallen ist, und zwar, die, ja, Aufmerksamkeitsspanne, die war ungefähr so. Charaktere haben einen Plan ausgeheckt, haben miteinander gesprochen, es kam ein kleiner Gag. Das waren Szenen, wo die Leute permanent gelabert haben. Sobald es Explosionen gab, und die Charaktere haben sich auf die Fresse gehauen, war das Kino totenstill. Und das hat mich richtig genervt, weil da, wo man aufpassen sollte, und muss vielleicht auch, um dem Ganzen zu folgen, ist, ich meine, es ist jetzt keine größere Geschichte, aber ein bisschen folgen muss man halt doch. Und wenn da permanent Leute labern, ist das Ganze ziemlich schwierig. Wenn aber eine No-Brain Fighting-Scene auf Fighting-Scene kommt, dann halten die Leute die Fresse, da, wo ich es am wenigsten gebrauchen kann. Da könnten sie von mir aus reden, und es wäre mir egal. Wisst ihr, was ich meine? Aber nein, da haben die Leute aufgepasst. Ein Traum. So, und was kritisiere ich da letzten Endes? Ich meine, ich habe schon genug Punkte gebracht, die mehr als kritikwürdig sind. Aber ich kritisiere einfach, dass dieses Event als solches. Und wie gesagt, nochmal, es gibt Leute, die haben gute Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel beim Detektiv-Konnen-Film. Oder bei Konno Super habe ich sehr gute Resonanz auch gekriegt über Twitter, weil ich da auch mal kurz meine kleine Meinung dazu erstmal in kleiner Form geäußert habe. Und viele vermuten dann oder gehen in diese Richtung und wagen die Aussage, dass es eventuell am Klientel liegt. Dass es an der, den jungen Leuten liegt, die einfach da ziemlich respektlos gegenüber sind. Aber auch allein an der, an der, an der, sage ich mal, an dem Fantum. Also das heißt, an den One-Piece-Fans. dass eben halt die Zielgruppe für Detektiv-Konnen eine, sage ich mal, angenehmere Konstellation gibt, als jetzt zum Beispiel eine Konstellation von One-Piece. Und das ist ein bisschen der Punkt, den ich ansprechen möchte, weil ich einfach finde, weil ich einfach finde, dass das durchaus ein Punkt sein könnte. Und das ist egal, unabhängig vom Alter oder so, einfach, dass irgendwie dieses, dieses Fantum, diese Fans von One-Piece, von, von diesen Mainstream-Sachen, sage ich mal, dass die wesentlich unangenehmer sind in dieser Masse, als jetzt zum Beispiel Leute, die sich zusammen Silent Voice oder Your Name anschauen. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, in einer gewissen Form klingt das sogar irgendwie logisch. Aber ich möchte da auch nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren, weil da waren auch ganz nette Leute, da waren auch normale Menschen und die waren bestimmt zum Teil auch genauso genervt wie ich auch. So, mein Hauptkritikpunkt ist also letzten Endes fernab von dieser ganzen Theorie, die einfach nicht wirklich bewiesen werden kann, aber irgendwie logisch erklingt, finde ich, mein Hauptproblem ist, dass diese Anime-Night genutzt wurde als Event. Das war ein Event-Charakter für diese Leute, die haben sich besoffen, die haben sich dort drin getroffen, vielleicht irgendwie angereist und dann eben dort zusammen sich getroffen, vielleicht länger nicht mehr gesehen, so wie Leute es halt bei der Leipziger Buchmesse oder so machen und das hat ein Charakter-Event, oh das ist nur einmal heute und da machen wir uns einen richtig schönen Tag, wir saufen vorher noch und dann gehen wir da hin und dann ein paar labern wir, weil wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und das machen wir aber nicht davor oder nach der Vorstellung, sondern währenddessen, weil das gehört einfach so dazu, weil viele Leute, sage ich mal, oder sage ich mal, die Richtung, was ich schon bemerkt habe, ist, dass viele Leute, wenn sie irgendwas machen, sich nebenbei noch beschallen lassen, das heißt also, die stört, es gibt Leute, die stört das nicht, wenn man etwas anschaut und nebenbei irgendeine Geräuschkulisse stattfindet, also einen Film anschauen und nebenbei, weiß weiß ich, irgendjemand redet die ganze Zeit, stört die nicht. Ich bin jemand, vielleicht ist es auch, ich meine, ich bin jetzt 30, vielleicht ist es jetzt auch sowas, wo man mittlerweile sagen kann, bei der Jugend ist das halt ein bisschen anders, weil die anders aufgewachsen sind und so weiter, aber mein Gott, es ist wirklich einfach auch respektlos, vor allem, wenn man dafür auch noch angemault wird, wenn man einfach sachlich sagt, was Sache ist. Ja, dass das einen Eventcharakter hat, finde ich absolut bescheuert, weil es einfach immer noch ein fucking Kino ist. Und ich habe auch hier und da gehört, dass es der eine oder andere auch mal ein semi-gutes Kinoerlebnis hatte, aber es ist bei weitem nicht so schlimm wie an diesem Abend gewesen. Ich hatte noch nie so ein schlimmes Kinoerlebnis wie an diesem Abend. Ich hatte schon einige Kinoerlebnisse, sage ich mal, wo mal ein paar Leute gelacht haben, ein bisschen zu oft, auch bei Stellen, wo es nicht lustig war und so weiter. Ist ein bisschen irritierend, aber kann man mit leben. Es gab Leute, die neben mir gesprochen haben, wo ich dann was gesagt habe, war Ruhe, war Respekt und das habe ich hier alles nicht gehabt. Apropos lachen, auch sowas, dadurch, dass die ja miteinander geredet haben und vielleicht der eine oder andere einen im Tee gesetzen hat, gab es so Fälle, dass einfach Leute, unabhängig davon, ob jetzt auf der Leinwand was Lustiges kam oder nicht, einfach gelacht auch, einfach gelacht, weil die sich was Lustiges erzählt haben. Auch sowas, was mich total rausholt. Und deshalb, liebe Leute, wie gesagt, ich möchte diese Anime Nights auf keinen Fall verteufeln. Das mag für diesen Film oder beziehungsweise für diesen Moment jetzt so gewesen sein. Ich habe aber auch schon im Internet mir mal das Ganze so angeguckt. Leute haben auch reagiert auf meinen Tweet und haben ein Stück weit mich auch bestätigt, dass das auch in anderen Kinos der Fall gewesen ist, dass diese Anime-Fans das Ganze mehr als Event sehen anstatt als ein normaler Kinobesuch. Und das ist meiner Meinung nach ziemliche Scheiße, um es mal einfach so zu sagen. Es hat mich wirklich genervt und deshalb ich wollte wirklich, wirklich schon etwas über Stampede sagen, aber so muss ich ehrlich sagen, geht es noch nicht. Geht noch nicht. Ich möchte mir den Film nochmal in aller Ruhe zu Gemüte führen und einfach dann nochmal darüber sprechen. Deswegen wird es erst Ende Mai, was auch immer, April oder so, je nachdem, wie ich dazu komme, werde ich mir den Film nochmal in Ruhe anschauen und dann dazu etwas sagen auf diesem Kanal. Es war leider kein schönes Erlebnis. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein schöneres Erlebnis gehabt, so im Allgemeinen. Wie gesagt, ich finde es halt wirklich gut, dass diese Events existieren, aber für mich ist das erstmal wirklich gestorben. Ich werde in keine Anime-Night mehr reingehen, weil ich dann doch sage, das Risiko für ein ähnliches Erlebnis ist gegeben und zumal eben halt das Risiko auch noch zusätzlich besteht 12,50 Euro für ein Plus-Getränk und was weiß ich, also knapp 20 Euro für einen Abend auszugeben, den ich nicht genießen kann, weil ihr wisst schon, das ist mir dann einfach doch ein bisschen zu kostenspielig für ein Och könnte gut werden, dementsprechend werde ich das in Zukunft lassen. Aber ihr könnt natürlich nach wie vor natürlich euren Spaß damit haben und vor allem wenn ihr sowas nicht erlebt habt, dann klar, dann würde ich auch wieder in so eine Anime Night gehen. So, aber ist mir das Risiko einfach zu hoch. So, ich hoffe, ja, ihr konntet hier irgendwas von mitnehmen und meine Kritik hier in diesem Fall auch verstehen. Ich wollte einfach mal, ich wollte über dieses Event eigentlich positiver sprechen, aber einfach mein eigenes Erlebnis dort hat das leider nicht wirklich mehr möglich gemacht. Es tut mir leid, dass das jetzt mehr vielleicht Rant war als alles andere, aber ich kann es auch nicht ändern. Ich hätte es auch gern anders gehabt in dem Sinne. Naja, also, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga. Es gibt ja mehr als über 1000 Videos mittlerweile, da gibt es bestimmt für den einen oder anderen noch was an Themen, die ich besprochen habe und so weiter. Genug Monologien gibt es auch, wenn euch das gefallen hat. Und ja, man hört sich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und ich sage wieder einmal Ciao. Bye Bye. Bye.